Hallöchen, sorry, dass ich wieder mit der Webcam aufnehmen muss, aber ich habe noch kein vernünftiges Programm gefunden, mit dem ich den Desktop abfilmen kann, außer Fraps, aber das funktioniert momentan nicht. Ich möchte euch hier kurz ein Produkt von uns vorstellen, es war den PC-Service. Das Video wird natürlich noch besser gemacht, also es ist bloß ein kurzes vorübergehendes Video, um unsere Produkte bekannt zu machen. Also zu unseren Produkten, unserem PC-Service. Wir haben den Shop jetzt erst eröffnet, sind aber schon seit einigen Jahren im PC-Service geschafft. Also wir haben viele PCs, Laptops, Tablets, Handys, alles mögliche an Geräten haben wir wieder hingekriegt und wir haben auch relativ günstige Preise im Gegenzug zu der Konkurrenz. Das Gute ist natürlich, dass wir einen PC-Fernwartung-Service haben, das heißt, wenn ihr ein PC-Paket bestellt, können wir dieses per Fernwartung auf eurem PC ausführen. Ihr braucht keine Angst haben, dass wir da irgendwelche Scheiße bauen, ihr habt jederzeit einen Abbrechknopf, wo ihr unsere Arbeit beenden könnt, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir nicht auf eure privaten Daten zugreifen oder sonstiges. Wir werden bloß unseren Service anbieten und dann wird es fertig sein. So, erstmal werden wir die drei Pakete durchgehen und zum Schluss das Rundum-Paket. Erstmal den Antiviren-Service. Viele haben vielleicht das Problem, dass ihr PC voller Viren steckt und dass leider kein vernünftiges Antiviren-Programm wirklich fast alle Viren beheben kann. Und dass die immer wieder kommen, immer wieder kommen. Manche Antiviren-Programme werden sogar von den neuen Viren schon ausgeschaltet, also schon deaktiviert. Und deswegen haben wir uns ein bisschen schlau gemacht. Schon seit Jahren eigentlich sind wir in dieser Branche und wir suchen immer das Antiviren-Programm raus, was eine 99%ige Erkennungsrate hat. Und wie ihr in der Beschreibung seht, wir beheben 99% aller Viren. Wir haben einen Test gemacht. Unser Viren-Programm hält 99% aller Viren auf. Diese wurden getestet, indem 2000 Viren neue Viren auf einmal auf dem Computer losgelassen wurden. Unser Programm konnte 99% davon stoppen. Die Konkurrenz schafft es bis an, ich glaube, 95%. Aber 99% schafft nur unser Programm momentan. Aber das wechselt immer von Monat zu Monat. Die Erkennungsraten wechseln immer. Von daher müssen wir da auf dem aktuellen Stand sein und wir werden sie da auf jeden Fall gut beraten. Außerdem benutzen wir nicht nur ein Antiviren-Programm. Nein, wir schauen jeden Monat auf die Erkennungsraten und verpassen ihnen den besten Schutz. Das für 15 Euro. Das ist unser Antiviren-Service. Dann gibt es den Optimierung-Service. Ich muss kurz was trinken. Optimierung-Service. 20 Euro. Unser Optimierung-Service ist einsichtartig. Vertrauen Sie keine Programme wie Tune-Up oder PC-Booster. Diese zeigen schicke Statistiken, doch bewirken kaum etwas. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben so viele Programme getestet. PC-Booster, Tune-Up-Utilities, alles Mögliche. Wirklich. Sie zeigen schicke Statistiken, bewirken etwas, aber halt nicht das, was ein Mensch hinkriegt, wenn er es per Hand macht. Und genau das machen wir. Wir machen das per Hand. Wir machen das alles per Hand, das bedeutet, dass es gründlich gemacht wird. Wir garantieren Ihnen, nach den Optimierung-Service wird Ihr PC um einiges schneller sein als vorher. Für Leute, die Probleme haben, dass der PC zu langsam ist. Fehlerbehebung. Ihr habt einen Fehler, Software, Hardware, technische Art, egal was, das beheben wir. Also, ich lese kurz die Beschreibung vor. 25 Euro. Sie haben Software- oder Hardwarefehler jeglicher Art, dann nutzen Sie unseren Fehler. Unsere Fehlerbehebung, auch das machen wir von Hand. Wir garantieren Ihnen, dass wir jeden Fehler, egal welche Art, beheben können. Egal, wie lange es auch dauert. Wir hatten einen Kunden, der hat sich das Paket gekauft für 25 Euro. Da hat sich herausgestellt, dass ein Virus den Firewall-Dienst zerschossen hat. Dieser Kunde wollte aber kein neues Windows. Dieser Kunde wollte seine Daten behalten. Also mussten wir den Firewall-Service komplett manuell von Hand wieder einbauen. Ohne welche Programme. Das hat eine Ewigkeit gedauert, aber wir haben kein Extrageld verlangt, weil wir stehen zu unseren Preisen. Weiter. Das Beste ist natürlich der Rundum-Service. Habt ihr Probleme mit Viren? Habt ihr Probleme mit Fehler oder sonstiges? Habt ihr Probleme mit Treiber, dass ihr keine Treiber findet? Oder egal was, egal welches Problem. Wir beheben alles im Rundum-Service. 40 Euro. Ich lese kurz die Beschreibung vor. Bei unserem Rundum-Service erhalten Sie das volle Paket. 24 Stunden Kontakt zu uns. Das heißt, wenn wir an eurem PC arbeiten, können sie uns 24 Stunden erreichen. Muss auch sein, weil der Rundum-Service dauert, je nachdem was der PC vor Problemen hat, ein kleines bisschen. Weil wir wirklich jedes Service-Paket akribisch durchgehen. Sparen Sie bei diesem Paket deutlich. Weil wenn ihr die anderen Pakete einzeln kauft, kommt ihr teurer, als wenn ihr das Rundum-Paket für 40 Euro kauft. Wir garantieren Ihnen, dass nach dem Service Ihr PC virenfrei optimiert, inklusive Driver, also inklusive, wir aktualisieren alle Driver und wir machen eine Fehlerbehebung. Wir machen alles, was nötig ist, damit der PC wieder so wird, wie er war, wo er aus dem Werk gekommen ist. Er wird wieder so schnell sein, er wird nicht rummacken, er wird keine Fehler mehr haben. Genau das wollen wir machen. Und ich lese euch weiter vor, wir machen Ihren PC so neu, dass Sie denken, Sie hätten sich einen neuen PC gekauft. Keine Geschwindigkeitseinbußen, wie neu, garantiert. Das garantieren wir Ihnen, Dir, Euch, keine Ahnung, wie ich euch alles sprechen soll. Und, ja, das könnt ihr alles kaufen. Natürlich auch für PassiveCard. Ich werde dieses Video jetzt unter jedes Produkt einbinden. Und, ähm, da unter dem wahrscheinlich die PassiveCard-Schnittstelle, dass, wenn ihr mit PassiveCard bezahlen könnt, könnt ihr mit PassiveCard bezahlen. Falls nicht, klickt ihr einfach in den Warenkorb und bezahlt mit Überweisung oder Sofortüberweisung. Sofortüberweisung wird sofort überarbeitet, wird sofort bearbeitet. Überweisung jedoch wird erst bearbeitet, wenn wir den Überweisungsbeleg haben. Alles klar, ich hoffe, ähm, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren. Und, ja, dann wünsche ich euch frohes Einkaufen. Bis dann, euer GameMogul. Ciao, ciao.